Jemand wollte Kaka-Content? Ich war jetzt gerade eben einkaufen. Denk mir nur noch so, warum zur Hölle waschen sich die Leute nicht, wenn sie rausgehen? Bieg um die Ecke in einen Gang mit Kühllebensmitteln und seh auf einmal, da liegt ein Scheißhaufen. Nicht von einem Kind, sondern von einem Erwachsenen. Ein massives Teil, sorry für die Bildsprache, aber es hat halt einfach den ganzen Laden ausgestunken. Was stimmt mit den Leuten nicht? Wie durch muss man sein und zu sagen, mir drückt es, ich kacke jetzt in den Gang. Meine Fresse. Schönes Wochenende.